Hey Leute, was geht? Jetzt fragt euch nicht, warum ich hier im Dunkeln stehe und der Gianni mit seinem Handy hier filmt, weil, Digga, mach doch bitte einfach mal das Licht an. Achso, ja. Mach's doch einfach mal an. Ich mach mal das Licht an. Ja, oder versuchen wir doch einfach mal den PC anzumachen. Ja, aber nicht nur das, meine Freunde. Äh, wir dachten dann so, okay, was los? Dann gehen wir, äh, weil, weil, wir, wir haben einfach, wir haben einfach einen Film geguckt, okay? So müsst ihr euch das vorstellen. Wir haben American Pie angeguckt, auf einmal, alles fällt hier aus. Und wir dachten so, hä? Wie? Warum? Dann haben wir gedacht, okay, sind wir rüber ins Wohnzimmer, meine Eltern, weil wir dachten so, vielleicht spinnt irgendwie der PC, irgendwas hier spinnt, weißt du? Hier, die Lichter gehen aber auch auf einmal auf, auch aus. Und wir dachten so, okay, gehen wir rüber, meine Eltern auf einmal so, ja, wir haben auch nichts hier, bla, bla, bla. Dann gehen wir raus, auf einmal sagen unsere Nachbarn, äh, ja, wir haben auch keinen Strom. Haben wir gemerkt, dass hier im gesamten Haus kein Strom ist, dachten wir uns, okay, nur im Haus. Gucken wir raus, die ganze Nachbarstraße hat auch keinen Strom mehr. Und wir dachten uns, hä, hat die Straße keinen, ähm, keinen Strom mehr? Nein, Leute, es kommt noch schlimmer. Alles hier, alles hat keinen Strom mehr. Ich komm mir vor, wie in der Folge The Walking Dead, das war der Anfang der Apokalypse. So ging die Scheiße los. Im Umspannwerk. Im Umspannwerk, da hat es mir nämlich einen Brand gegeben. Und da ist ein Kabel jetzt irgendwie futschger. Und, äh, dementsprechend haben wir jetzt alle zwei Stunden lang keinen Strom mehr. Ich hab meine Mutter rufen mich, und, ja, gerade. See. Leute! Es ist passiert! Es ist passiert! Ja, wieder Strom! Ey, Alter, wir waren auf dem Balkon und haben uns unterhalten, auf einmal ganz plötzlich aus dem Nichts macht's. Und wir alle so, ja! Eigentlich, eigentlich, hätte man, äh, war es ja so, es hätte zwei Stunden gebraucht, aber Möglichkeit eher so eine halbe Stunde. Ja, die haben es halt so schnell wie möglich repariert. Ja. Die haben, standen wahrscheinlich auch so voll unter Druck, weil sie sich dachten, fuck, Alter, wir müssen das jetzt nicht kriegen. Irgendwie so schnell, wie es geht. Ja. Oh Mann, Alter. Warum passiert immer uns sowas? Und der Marco, der Marco, der wohnt ja auch nur so ein paar Straßen weiter. Der hat einfach Strom. Ich bin weg. Nein. Nein, oder? Nein. Das haben wir jetzt live in der Cam. Schon wieder. Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich glaube, ich werde verrückt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Schon wieder alle. Komplett schon. Das waren schon wieder alle. Ich werde verrückt. So, Test Nummer 2. Zack, hier hat es jetzt wieder alles angehauen. Boah, hörst du das? Weißt du das? Ja. Hier haut es uns alles an. Da, Kühlschrank, alles geht wieder. Die WLAN-Box. Der Startvorgang läuft. Könnte kurze Zeit dauern. Der Reziver. Braucht man nicht. Geht's nicht. Jetzt läuft der Strom einigermaßen länger als... Wir warten jetzt mal eine Viertel- oder halbe Stunde. Und wenn es bis dahin dann nicht mehr klappt. Wenn es bis dahin dann nicht einmal ausfällt, dann können wir weiter gucken. Wir müssen die WLAN. Wir müssen die im microbiatur wiederholen. Die WLAN. Die WLAN-Box. Die? Vielen Dank.